Hallo Leute, zurück beim neuen Video auf meinem Kanal. Ich weiß, dass in letzter Zeit nicht mehr sehr viele Shorts und Videos kommen. Aber das liegt daran, weil ich diesen Kanal aufgeben werde. Ihr könnt mich auch noch oft besuchen bei meinem zweiten Kanal. Da heiße ich Lamy und Emily Fan 1. Hier seht ihr nochmal den Namen von diesem Kanal. Ja, und ich bin jetzt auch auf Insta. Da heiße ich Mila des Superstar. Da könnt ihr mich auch noch besuchen. Ich werde diesen Kanal aufgeben. Weil, ja, ich will halt nicht drei Accounts haben. Und ja, deswegen kommen auch ganz selten Shorts noch von mir. Aber wenn ihr auf meinem zweiten Kanal seid, dann seht ihr auch noch viele Shorts von mir. Ähm, danke für diese coole Community. Ähm, ihr könnt mir auch gerne nochmal folgen auf meinem zweiten Kanal. Ja, das war eine Information. Also hier werden keine Videos und Shorts mehr kommen. Ähm, ja, bis bald.